Ein Passagier filmt die Landung seines Flugzeugs mit dem Handy. Ganz normal, oder? Nicht ganz. Denn diese Maschine wird gleich ohne vorderes Fahrwerk landen. Und das gelingt erstaunlich sanft. Erst setzt das Flugzeug mit dem hinteren Fahrwerk auf. Dann hört man, wie es vorne über die Landebahn schleift. Doch in der Maschine bleiben alle ruhig und die Landung verläuft perfekt. Ein großartiger Job der Piloten. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Maschine der Fluglinie Delta. Sie ist auf dem Weg von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia nach Charlotte, North Carolina, als der Pilot beim Landeanflug bemerkt, dass das Fahrwerk nicht funktioniert. In Absprache mit dem Tower kreist er einige Male über dem Flughafen, um Treibstoff zu verbrauchen. Und setzt dann zur perfekten Landung an. Alle 96 Passagiere, die drei Flugbegleiter und zwei Piloten, bleiben unverletzt. Untertitelung des ZDF, 2020